Die 10 beliebtesten Kindheitscharaktere in Deutschland Ich bin mit Spongebob Ist Nummer 4 Bob der Baumeister Ist Nummer 7 Caillou Nein Thomas die Lokomotive Nee Was? Junge, das sind die OGs Mehr Tiere Tom und Jerry Ist Nummer 2 Bugs Bunny Ist Nummer 3 Noch ne Ente Donald Duck Ist Nummer 6 Ein paar noch in Animes Ash Nee, aber Pikachu Ist Nummer 8 Naruto Nee Der andere Goku Ist Nummer 10 Nee, ist das noch ein Hund Scooby-Doo Nee Schwarz Denk nicht an einen Hund, der wie ein Hund geht, sondern wie ein Mensch geht Du hast dich gerade eine neue Serie ausgedacht, Junge Nein, nein Schorn das Schaf? W-w-w-w-wo Hier wurden ein paar Jungs disrespected, Junge Schorn Thomas, Junge Anfangsbuchstabe ist G Garfield Oh Goofy Ist Nummer 9 Mickey Mouse Ist Nummer 1 Letzte ist Gelb Beginnt mit H Denk an gelbe Menschen in Serien Ich hab noch nie einen gelben Mensch gesehen Thomas Simpson Nummer 5 Schwarz Dann Know Ey